Moin Leute herzlich willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einfach mal die Pflanzen bzw. die Setzlinge, die mir der liebe Terroristik & Co. zugeschickt hat. Genau ich wollte einfach mal zeigen wie sie angewachsen sind. Wie ihr das schon seht, das Blatt ist sehr gut angewachsen. Diese hier vorne bilden schon ihre ersten richtigen Äste würde ich jetzt mal sagen oder Blätter, wie auch immer man das nennen möchte. Die Blätter dort vorne wachsen auch ganz gut. Keine Veränderung zu sehen. Das kleine dort vorne ist leider ein bisschen trocken aber auch noch ganz gut und jetzt zeige ich euch mal hier auf der anderen Seite. Die habe ich jetzt mal extra unter die Lampe gestellt, damit sie es auch ein bisschen wärmer hat. Die sieht nicht so schön aus. Die hat direkt am nächsten Tag auch schon ein paar Blätter verloren. Ja, ich hoffe jetzt dadurch, dass ich sie jetzt hier unter die Lampe gestellt habe, dass es jetzt ein bisschen wärmer für sie ist und dass sie jetzt vielleicht wieder ordentlich wächst. Das war es dann jetzt mit dem Video. Es sollte nur ein kurzes Update sein. Die nächsten Videos werden kommen. Bis dann. Ciao.